Strauße sind beeindruckende Tiere mit einer Vielzahl von Anpassungen. Sie sind die schnellsten Laufvögel und erreichen Geschwindigkeiten von 60 bis 70 km pro Stunde. Mit kraftvollen Beinen zur Verteidigung, ausgezeichnetem Sehvermögen, abwechslungsreiche Ernährung und Anpassungsfähigkeit an trockene Umgebungen. Flugunfähig nutzen sie Tarnung und Leben in sozialen Gruppen, zeigen einzigartiges Nestverhalten und nutzen mehrere Mägen zur Verdauung.